Ich glaube, es liegt nur an der Stimme. Die Wippel-Fallstimme wirklich mit Leckerlis, mit der Jürgen, und dann war es ganz gut. Hast du schon gesehen, dass der neue Kopfhörer ist? Ja, und dann schläft er in der Nacht immer noch mal wieder. Ich habe da irgendwo drüber, merke ich, deswegen bewegt sich nur immer noch. Das muss ich mir auch gar nicht sagen. Ich nehme an, dass er einfach nicht dreht. Glaubst du es jetzt, dass ich nicht drüber bin? Ja, aber ich habe mich auch nicht hinbekommen, wenn sie da viel geklappt haben. Ja, genau das. Genau das denke ich schon. Hier. Ich stört mich runter, ich verset mich. Ich stört mich runter, ich stört mich runter. Ich stört mich runter, ich stört mich runter. Ja, das hält mich runter, das ist voll gut nachgefallen, weil ich schon gar nicht mehr... Ich habe mich alle direkt gehört, ich habe das gehört. Ich habe mich gerade gehört. Ich habe nicht das gehört. Ich habe es dann direkt gehört, ich habe das gehört. Ich habe Tyson Vielen Dank.